Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial aus der Welt der Large Language Models, also OpenAI, Lama und Co., wie sie alle heißen. Und heute habe ich was ganz Interessantes mitgebracht und das ist die Möglichkeit, Properties, also Eigenschaften aus unstrukturierten Dateien heraus zu extrahieren. Erstmal, warum ist das überhaupt relevant? Mal ganz kurz auszuholen. Also stellt euch mal vor, in großen Unternehmen und natürlich auch bei euch selbst, ihr bekommt jeden Tag höchstwahrscheinlich zig E-Mails und andere unstrukturierte Daten. Und jetzt stellt euch mal vor, dass ihr das Ganze in Zukunft nicht mehr manuell entsprechend extrahieren müsst. Also zum Beispiel, dass ihr eben nicht mehr, wenn ihr eine E-Mail bekommt, erstmal klassifizieren müsst, okay, was ist denn das eigentlich für eine E-Mail, von wem kommt die, welche Personen sind da vielleicht mit drin erwähnt oder in Unternehmen, stellt euch vor, die verschicken ja ständig Rechnungen oder vielleicht bekommen sie auch Rechnungen von entsprechenden Lieferanten und dann muss da vielleicht auch manuell erstmal das Ganze analysiert werden, geschaut werden, von wem kommt die Rechnung, Rechnungsnummer, welche Personen sind da drin, worum geht es da und so weiter. Also all diese Sachen. Und E-Mails sind ja nur ein Beispiel. Es gibt ganz viele andere unstrukturierte Daten. Und jetzt geht es halt darum, eben Prozesse in Zukunft so zu automatisieren, dass man nicht mehr manuell das Ganze eben bearbeiten muss, weil das kostet Zeit und ist natürlich auch fehleranfällig. Und genau, jetzt schließt sich der Kreis, jetzt sind wir wieder bei dem Property Extrahieren, also den Eigenschaften Extrahieren aus unstrukturierten Daten. Und dafür gibt es eben auch den Doctrine Property Extractor hier und das ist auch ein Transformer, also eben auch Teil eben der Large Language Modelle und was wir brauchen ist natürlich ein OpenAI Key und dann schauen wir uns mal das Beispiel an, was ich jetzt hier mitgebracht habe. Also, ich habe jetzt hier den Herrn Scholz beispielsweise, ja, und das ist jetzt halt einfach eine E-Mail, die da drin steht und da geht es eben um, ja, worum geht es. Das würde ich erst rausfinden, wenn ich jetzt das Video anhalte und mir den Text mal genau durchlese. Aber kurz gesagt, es geht irgendwie um Projekt, ja, um aktuellen Projektstand, also der Herr Scholz ist unser Projektleiter und dann geht es halt hier um ein paar Personen, wie ist der Stand bei denen und blablub und dann am Ende halt von die Größe und dann kommt eben hier der Daniel, also mein Name. So, und jetzt quasi geht es darum, okay, über das Large Language Model entsprechend einfach heraus zu extrahieren, was für Informationen möchte ich jetzt hier haben, ja. Und um das zu tun, brauchen wir einfach zum einen ein Dokument, also das Dokument, das folgen wir hier, über Dokument mit dem Page Content, was eben dieser Beispieltext ist, also das ist unsere E-Mail hier und dann müssen wir eben Properties definieren. Also diese Properties sind jetzt die Eigenschaften, die wir aus diesem unstrukturierten Text heraus extrahieren wollen, ja, wie zum Beispiel eben, in dem Fall habe ich gesagt, ich möchte eine Kategorie haben, also was für eine Art von E-Mail ist das, ja, und dann gibt es halt hier verschiedene Arten, es könnte ein Update sein zu einem Stand, ja, es könnte eine Aktion sein, also dass ich irgendwas tun soll nach dieser E-Mail, es könnte ein Kundenfeedback sein, was ich erhalte, es könnte das sonstige sein. Also einfach, ich möchte eine Klassifikation dieser E-Mail haben. Dann, was ich noch haben möchte, sind die Personen hier. Also ich möchte wissen, wer ist denn eigentlich in der E-Mail namentlich erwähnt, ja, das möchte ich auch extrahieren und steht auch hier in der Beschreibung dann, also eben alle Personen, die da vorkommen. Ja, und dann eben auch der Namen der Person, das soll da auch extrahiert werden. Und auch wieder Required True, das heißt einfach nur, diese Information muss vorhanden sein, ja, das heißt, auch beispielsweise ist ja auch interessant, wenn wir E-Mails bekommen oder unstrukturierten Daten, dass wir dann sagen, hey, die müssen vollständig sein. Wenn da irgendwas fehlt, können wir es nicht bearbeiten und auch das könnten wir vorzeitig oder frühzeitig damit erkennen. So, jetzt noch ein bisschen weiter, dann gibt es noch die sogenannte berüchtigte Eli Five. Also wer das nicht kennt, Eli Five ist einfach nur eine Abkürzung im englischen Raum für Explain like I'm Five. Das bedeutet einfach nur, möglichst einfach erklären, ja, als wäre ich ein fünfjähriger Junge, ein fünfjähriges Mädchen, erkläre es mir so, dass es wirklich jeder versteht. Und da sage ich einfach dazu quasi, gib mir eine einfache Erklärung, worum geht es eigentlich in der E-Mail. Ja, anstatt, dass ich jetzt hier einen Text lese, der jetzt zum Beispiel hier so lang ist oder vielleicht noch viel länger, ja, wir kennen alle, wie E-Mails aussehen können, ich möchte das nicht durchlesen, sag mir einfach, worum geht es, ja, in einem kurzen Satz oder sowas. Und dann quasi haben wir hier unsere Properties definiert, also die Eigenschaften, die wir heraus extrahieren wollen und dann geben wir das einfach in unseren Doctron Property Extractor rein, ja, mit den Eigenschaften und sagen eben, was für Modellen wir verwenden. Ich verwende jetzt hier das 3.5 Turbo 06.13, also eben die kostenlose Version, aber man könnte auch GPT-4 verwenden, wenn man das entsprechend Zugang dazu hat, ja. Und dann entsprechend führen wir das Ganze aus, das läuft asynchron, das ist eben dieser Wait hier mit der A-Transform-Methode und dann entsprechend haben wir hier halt unser Ergebnis. Ja, und ihr seht, das Ganze ist ein JSON-Format, aber es wird halt hier ausgegeben. Man kann das natürlich auch schön säuberlich extrahieren und dann beispielsweise eine Datenbank oder sowas reinschreiben, ja. Aber erstmal schauen, was bekommen wir hier zurück als Ergebnis, ja, damit ich auch hier nichts Falsches erzähle. Also, die Kategorie ist jetzt hier ein Update, was korrekt ist, weil, wenn ihr es mal durchlest, ihr könnt das Video anhalten, aber ich kann es euch sagen, das ist ein Update zum Projektstand, ja, der gerade, also hier Update, hier Überblick aktuellen Stand aus laufenden Projekten, ja, darum geht es hier. Also Update ist richtig von der Klassifikation, was für eine Kategorie ist es. Die Personen sind ja auch erwähnt, das ist der Herr Scholz, dann die Sarah Müller, da sehen wir hier, da hat er eben ein Problem aktuell hier, zumindest beim Darstellen mit den Umlauten, beziehungsweise Ü, Ä, Ü, Ü und so weiter, also den Dingern da im Alphabet. Und, aber David Schmidt tauchte noch auf und dann tauchte Daniel Weichert auf, der die E-Mail verschickt hat. Also das stimmt auch soweit, die Namen sind ja auch aufgeführt, hat er alle extrahiert. Und dann eben Eli 5, also die kurze Erklärung, Aktualisierung zum Projektstand und den Teammitgliedern. Und genau, das trifft es wirklich, also super gut, wie das Ganze hier extrahiert wurde aus dieser E-Mail, also so, und liefert uns halt jetzt das Ergebnis und ich habe es schon gesagt, das könnte jetzt zum Beispiel eben, anstatt das hier als JSON-Format vorliegen, könnte man zum Beispiel direkt in eine Datenbank reinschreiben oder auch in eine Excel-Datei oder so etwas, ja, und da hat man das eben sofort hausextrahiert und stellt euch mal vor, ihr habt jetzt hier einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin, die zum Beispiel jeden Tag, weil ihr eine große Firma seid, hunderte von diesen E-Mails bearbeiten muss, ja, also ich weiß nicht, ob es so abläuft, aber es könnte ja sein. Und stattdessen habt ihr jetzt eben hier eine Hilfe, die euch zur Verfügung steht, die das Ganze dann für euch im Wesentlichen in einer Schleife oder so etwas durchiteriert und euch das alles extrahieren kann und habt ihr alle Informationen da und dann könnt ihr entsprechend eben, wenn jetzt hier irgendwas relevant ist, dass entsprechend dann direkt auch eben die weiteren Schritte, weiter Maßnahmen ergreifen, ja, das heißt jetzt einen Kunden nochmal anschreiben, weil er die Rechnung nicht bezahlt hat oder was auch immer eben darf er dann für folgende Sachverhalte dann eben aus sich ergeben. Aber auf jeden Fall, das ist das Ergebnis davon und das war es auch zu dem Video. Also ich fand das super spannend, dass ich es gesehen habe, musste es direkt mal ausprobieren, habe es natürlich erstmal einige Male nicht hinbekommen, bin in den Fehler reingelaufen, aber jetzt hat es am Ende funktioniert und deswegen wollte ich es auch mal vorstellen, wie das Ganze eben ablaufen kann und auch mit dem Hintergrundwissen halt, wo kann man sowas einsetzen. Also weil ich sehe da unglaubliche Möglichkeiten, auch wie gesagt einige Sachen, die eben manuell sind, die keiner gerne tut, auch entsprechend eben so zu automatisieren und auch Prozesse einfach nicht nur schneller zu machen, sondern sie auch weniger fehleranfällig zu machen und eben auch, ja, Geld zu sparen. Gut, das war es dann für dieses Video. Also ich hoffe, es war interessant, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen dazu habt, auch gerne stellen. Ich lese die Kommentare immer gerne durch, kommen zwar nicht so oft welche, aber wenn, dann finde ich es immer interessant und versuche natürlich auch darauf zu antworten. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute!